Ja, ich wollte nur sagen, Lev, super gemacht. Du warst heute hier von 12 Uhr bis Mitternacht, nein, bis 1 Uhr in der Nacht. Das war super. 13 Stunden. Du hast hervorragend Live-Songs gemacht. Du hast Moderation gemacht. Die junge Leute waren glücklich. Wir waren glücklich. Feier war wunderbar. Mach weiter so. Wir können dich nur empfehlen. Hervorragend.